Hallo Leute und herzlich willkommen zur 50. Folge des K-Mechanics Simulators hier auf meinem Kanal. Ja, 50 Folgen haben wir jetzt schon. Sehr schön. Ich bedanke mich auch fleißig für die ganzen Kommentare, für die Abonnements, die gemacht wurden und für die ganzen Zuschauer. Ich bedanke mich, dass ihr dabei seid. Ja, freue ich mich. In der letzten Folge habe ich ja hier das rosa Schweinchen hier ja fast fertig gemacht. Nachdem ich ja alles wieder zusammengeschraubt hatte, war mir aufgefallen, dass dann hier das eine Nockenweilenrad doch noch repariert werden musste. Das habe ich dann auf Screen noch alles schnell erledigt, damit die Folge nicht noch länger wurde. Und der Wagen ist jetzt fertig. Die Frau Lux kann den Wagen wieder abholen. Wir bekommen 13.820 Dollar dafür. Sehr schön. Ja, haben wir doch wieder richtig schön Geld verdient. Apropos Geld verdient, wie ihr seht, wir haben jetzt 87.000 Dollar auf dem Konto. Ich habe auf Screen jetzt noch einiges an Fahrzeugen repariert. Habe noch ein paar Level gesteigert. Wir wollen ja endlich auf Level 30 kommen, wenn jetzt Level 26. Und ich hatte mir überlegt, einerseits den Wagen hier zu machen, ja. Aber zur Feier des Tages würde ich sagen, gehen wir ins Auktionshaus und kaufen uns da so ein richtig schönes Auto. Ich denke, so in der 50. Folge kann man das mal machen, warum nicht, ne. Was mir auch mal aufgefallen ist, ähm, Händler, da waren wir auch noch nicht. Und auf dem Flugplatz waren wir noch nicht. Können wir auch noch mal machen. So, aber als aller allererstes, bevor wir jetzt ins Auktionshaus gehen, seit drei Folgen, oder wann, will ich Kisten aufmachen. Und guckt mal, was ich hier an Kisten angesammelt habe. Ja, Moment mal, den Mist kann man mal hier eben schnell verticken. Die, ja, kann man aber zufügen, passt. Und das weg. So, wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Kisten. Ich würde sagen, die Trommelwirbel, wir machen die jetzt mal alle auf. Schauen wir mal, was da drin ist. Direkt schon mal wieder eine neue Scheunenkarte ist da drin. Eine Felge und ich würde sagen, eine Überleer, genau. Ja, vielen Dank dafür. Nehmen wir. Was haben wir hier drin? Noch eine Scheunenkarte. Ähm, das ist jetzt einer. Ne, das ist eine Spule, genau. Und eine Lockenwelle. Sehr schön. Komma. Was gibt's hier? Eine Felge. Ein Kabel, Zündkabelsatz. Und ein Abgaskrümmer. Das ist eine Jeep Willys Felge, cool. Plus vier könnten wir eigentlich direkt mal auf unseren Jeep montieren. So, next. Wir hauen die jetzt hier alle durch. Ich will hier alles aus dem Inventar haben. Was ist das? Ah, Nockenwellen. Kann man das nicht noch kleiner schreiben? Nockenwellen Lagerdeckel. Getriebe. Okay. Das ist immer schönes Geld, was man da spart. Spart, Entschuldigung. Come on. Nächste Kiste. Luftfilter. Dann hier so ein Hitzeblech. Abgaskrümmer. Nehmen wir. Ja, nehmen wir. Next. Come on, wir haben keine Zeit hier. Entschuldigung. Noch eine Felge. Luftfilterdeckel. Steuergehäuse. War gerade eben nicht auch schon mal ein Steuergehäuse drin? Ich meine ja nicht. Was haben wir hier drin? Nächste Kiste. Das ist voll das Grand Opening. Nochmal hier so ein Lagerdeckel. Kurbelwellen. Lagerdeckel. Auch gut. Eine Kurbelwelle. Sehr schön. Kostet auch Geld. Zylinderkopfhaube. Ja. Nehmen wir auch. So, es dürften. Ahne, das sind auch noch welche. So. Come on. Wieder eine Felge. Eine Antriebswelle. Und irgendwas, was ich nicht mehr kenne. Tobolader. Juhu, Tobolader. Schön. Oh, das ist eine Tuning-Kupplung. Schön. Das ist natürlich nice. So, next. Come on. Ich glaube, das ist die drittletzte. Das dürfte nochmal ein optimalen Lagerdeckel sein. Zündkabelsatz. Domlager für Federvorderachse. Nehmen wir. Und jetzt die letzten zwei. Traubelwirbel. Was soll das sein? Tuning-Luftfilter. Ein Ladeluftkühler. Und Kolbenringe. Die Ladeluftkühler hat man auch noch nicht verbaut. Und die letzte Kiste. Keine Ahnung was. Achsschenkel. Achsschenkel. Befestigungsring. Nockenwelle mit Gehäuse. Und Motorabdeckung. Ja. Ja, da würde ich sagen, haben wir doch wieder hier reichlich an Teile dazu bekommen. Schmeißen wir sofort ins Lager. Weil die wollen wir nicht mit den Instruktionsrausschleppen. Ähm. Reiner mit. Alles ins Lager schmeißen. Da müssen wir auch mal gucken. Wisst ihr zum Beispiel. Am besten die Teile für eigene Autos nehmen, ne? Und nicht für Kundenfahrzeuge. Weil wir haben jetzt mittlerweile so viele Teile hier. Können wir schon... Ops. Ähm. Na. Das ist so viel. Und so viel verschiedener halt, ne? Oder einfach immer mal... Könnte man auch machen, ne? Denke ich mal. So einfach. Keine Ahnung. Jetzt zum Beispiel hier einen verbesserten Spurstandkopf einfach ins Auto einbauen oder so. Würde ich mal so behaupten. Würde ich mal denken. Könnt ihr ja gerne nochmal in die Kommentare hauen. So. Dann würde ich sagen, ziehen wir uns mal schick an. Anzug und Krawatte. Und dann, äh... Ja. Ab zum Auktionshaus. Mal schauen, ob wir was Schönes ergattern können. Mal gucken, was es so gibt. Mal gucken, was so angeboten wird. So, das Laden geht schon mal auf jeden Fall schnell. Was wird denn hier angeboten? Jeep Grand Cherokee, das ist das Ding, was wir gerade sehen. Mayan M8. Bolt Atlanta Supercharged. Ein nicht. Mhm. In Chief10TBX. Amton Lords, Custer Earthquake. In Selim, nee. G. Brangland. In Selim Spektrum. Fassbeck. In Smyst. 1500. Royal 6T. Ne. GTA. Bold Reptilia Selim Spektrum Bold Chapman F-Mail Jo Hier könnt ihr euch schon mal bieten An den Grand Cherokee habe ich kein Interesse Vor allem für den Preis Wow Wert des Fahrzeugs 131.000 Okay So das nächste Fahrzeug Mein M8 Das ist voll die Limousine 23.000 Das wird zum Beispiel ein Fahrzeug Fertigmachen wieder verkaufen Aber der geht bestimmt für viel Geld weg Lass mal mal gucken Okay das muss ich hier zu viel 55 ist so wert Musst du ja nur Geld reinstecken Ne ne das ist mir zu viel Viel zu viel Boah wird der hochgeboten Ne 36.000 Guck wie die Karosserie aussieht Da steckst du nochmal richtig Geld rein Naja gut Das wird er nicht gemacht Hm Bold Atlanta Supercharged Ja Auf den hätte ich Lust Mal gucken für wie viel der geht 15.000 29 wert Ich finde ich zu hoch Komm einen noch Ein noch und noch nicht Gut Ja jetzt ist vorbei Ne 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 Ich glaub den kriegen wir in der Scheune Hier Für kleineres Geld Es war runtergerockt aber dann Es war nachher auch Wissig Geld wird Der Bold Bold Heldkett ist glaube ich Irgendwas mit 80.000 Wow was haben wir denn da Chief Taint Twx 2010 Äh 2c Ja Das ist auch so eine Kategorie Biest ne Eigentlich Ja schauen wir mal 39.7 ist der Wert Ich nehme mal so Verdammt Hört mal auf damit Hör auf Hör auf Alter Schwinde Das ist so nervig ne Ja ich wollte nicht unbedingt Das ist so Ne Man braucht da eigentlich Guck was ist das Werd 76.000 ist der Wert Okay Ja man braucht da so Ähm Ja dieses Man sieht hier Und sagt Ja wenn wir es haben So Bold Shatman F-Minus Was ist der An dem ist Weiß ich jetzt gar nicht Der Royal GTR Würde mich auch mal Interessieren Also Guck mal Es sind ja noch ein paar Wagen da Ich denke mal Irgendeinen werden wir mitnehmen Wenn es der letzte ist Und da alles drauf geben Zum 50. Jubiläum Oder zur 50. Folge Müssen wir ein Auto mitnehmen Oh mein Gott Castor Earthquake Bis 25 würde ich mitgehen Bis 23 würde ich mitgehen Das geht direkt in 5000er Schritten Ja moin 68.000 alles klar Guck wie der Wagen aussieht Yeah ein Jeep Wrangler Fick direkt in 48.000 an Weiter kann es mal Ich könnte auch Ich habe mich interessiert Für wie viel die Fahrzeuge weggehen 51.000 Der interessiert doch Ich meine die Farbe ist jetzt So nicht so So eine lila Pause Aber Startgebot 10.000 Da gehen wir mal mit Also Jetzt sind wir dabei Moment 36 Werte Mal gucken Was endet Komm hört mal auf da Komm 33 ist mein Maximum Ich weiß es nicht Soll man so viel Geld dafür raus Ich meine da ist schon Die sind schon im Welten besser Hallo Ja da würde ich auch noch mit Ja die Fahrzeuge sind zwar In einem besseren Zustand als die aus der Scheune Aber Wenn man dann Teile reparieren kann Ich prob mal auch wie der geht 24.000 Bin ich dabei Und da will ich bis 18 mitgehen Ich glaube ich muss hören Ich glaube ich muss hören Hör doch mal auf damit Immer hochzulassen Wie die Bahnen sind hier Nerv nicht Nerv nicht Nerv nicht Nerv nicht Nerv nicht Nerv nicht Nimm der zu sein Gebot Ach komm nerv nicht Das ist jetzt schon 5000 rüber Ach man Royale GTR Wir haben da noch vier Autos So langsam wird es eng So eine Kacke Ach man Das geht direkt auf Hier im 5000 Alter Schwede Ist genau 5000 Ist der Wert Und sie bieten sich Den Wagen Ja da bin ich schon mal raus Da fällt mir aber auch nichts mehr zu ein Ist das nicht der Den wir haben Komm Verklein ich Geld Hör doch mal auf Ich bin so nervig Das ist so unfassbar nervig Hört auf Ach leck mich dann Nimm den Ich kaufe mir einen Denkens hier Wie heißt das Verscheuen Mann Alles klar Der fängt schon bei 77.000 an Den hatte ich in der Werkstatt eben Der ist geil Aber 77.000 Ja Für mich regiert noch 156.000 Das ist ja der Das ist ähm Okay 112.000 Kann man mal machen Jo Komm Alter immer Bieter 5 Bieter 5 Alter Du treibst deine eigene Preissuch Du Schmock Stimmt aber bei dir nicht Stimmt aber bei dir nicht Es war 4000 über Preis Aber wir haben ein Auto mitgenommen Ich hab doch gesagt Ohne Trophäe erhalten Wo möchtest du das In der Werkstatt Möchte ich das natürlich packen So Leute Wir haben es doch geschafft Gut War jetzt vielleicht nicht das Auto Was ich haben wollte Aber Ich hab gesagt Wir nehmen Auto mit Egal was passiert Da gucken wir uns doch mal Das Jubiläums Auto an Echt jetzt Der Wagen Der Wagen sieht so aus Mal reinsetzen Von innen sieht aber noch ganz schnieg aus Ist okay Ähm Was haben wir jetzt mit diesem Auto vor Erstmal gucken wir uns mal Oh Mann Schmieder Und sie Daten machen So Wert des Fahrzeugs 18.000 Wir haben jetzt bezahlt 22,7 Zustand Technik Ist miserabel Also die Karosserie Und alles ist bei 100% Also alles top Fahrgestell Karosserie Und Innenraum 100% Sehr schön Also wir brauchen eigentlich nur noch Die Technik hier wieder auf Vordermann zu bringen Sprich Alles auseinander rocken Gucken was Repariert werden kann Das nötigste Reparieren Gucken dass wir den Preis Also den Wert des Wagens hochgetrieben kriegen Und wir verticken So machen wir das Ich würde sagen Das war's doch Das war doch nett Äh Ich Prüfe den schon mal Auf dem Diagnosepfad Und auf der Teststrecke Und mit den Gerätschaften durch Und dann sehen wir uns den Ausdruck Noch eine Verscheidung Aber das machen wir Nicht mehr heute Das machen wir in der nächsten Folge Wir haben jetzt außer Auktionshaus heute nichts gemacht Zur 50. Folge Ich sag mal so Zu einem Jubiläum Muss man sich auch mal einen Tag freinehmen Und Ja Ich hoffe euch hat die Folge Trotzdem gefallen Ich bedanke mich fürs Zusehen Kommentieren natürlich nicht vergessen Däumchen nach oben dalassen Abonnieren Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao Ciao